Hallo und willkommen im RepExpert Training Center. Heute geht es um das Zwei-Massen-Schwumrad des Audi-Kupplungsmoduls. Hier gibt es bezüglich des Spiels der Sekundärmasse einige Unsicherheiten in den Werkstätten. Warum das Spiel normal ist, das zeige ich euch nach dem Intro. Beim Audi A4, A5, A6 oder Q5 mit 6-Gang-Handschaltgetriebe werden Kupplungsmodule verbaut. Diese bestehen aus der Kupplung und einem speziellen Zwei-Massen-Schwumrad. Beim Ausbau des Getriebes bleibt diese Einheit komplett in der Getriebeglocke. Das kann man vergleichen mit einem Drehmomentwandler, der auch zuvor von der Schwungscheibe gelöst werden musste. Beim Auspacken des neuen ZMS stellen die Werkstätten häufig fest, dass die Sekundärmasse sehr viel Spiel hat. Also die Sekundärmasse wackelt, als wäre das Lagertefekt. Dies ist aber bei diesem ZMS völlig normal, weil es erst im Zusammenbau komplett gelagert ist. Es wird einmal über die Getriebeeingangswelle gelagert und zusätzlich über das Lager bzw. den Sitz der Schwungscheibe. Erst im Zusammenbau ist das ZMS nahezu spielfrei. Deshalb kann man das ZMS im ausgebauten Zustand schlecht bewerten. Das war's aus dem RepExpert Training Center. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis zum nächsten Mal.